Hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch diesen fortgeschrittenen Wolkenhimmel. Keine Angst, wenn ihr Anfänger seid, ich erkläre das immer noch sehr einfach und auch detailliert. Hier seht ihr die Skizze, rechts und links die Wolke. Ihr könnt euch das gerne so abzeichnen, wenn ihr wollt. Ja, mischen wir erst eine Farbe für den Himmel, genauer gesagt für den oberen Teil davon. Ich brauche dafür Ultramarienblau. Ich nehme an, die meisten haben das von euch und mit Weiß helle ich das Ganze auf. Hier seht ihr gerade mal das Grading. Das würde man vielleicht als Anfänger so machen. Unten einfach heller. Wir gehen aber mal auf einen mittleren Wert. Dazu etwas mehr Ultramarienblau hinzu. Und jetzt, weil wir das Ganze gar nicht so blau haben wollen, mische ich etwas Sienna gebrannt hinzu. Das ist die Komplementärfarbe von Blau, ein dunkles Orange. Damit können wir also die Farbe etwas dämpfen. Das Ganze also aufgetragen. Ich achte dabei nicht darauf, dass ich jetzt mit jedem Pinselstrich einen super schönen Himmel erreichen will. Nein, wir bedecken erstmal die Fläche und sehen das auch als eine ganz einfache Fläche an. Und nicht jeden Pinselstrich, das muss einen super schönen Himmel geben und ich muss den jetzt so oder so bewegen. Wir achten darauf, dass wir die Fläche bedecken, die wir geplant haben. Und schauen dabei, ob wir die Wolken so beibehalten mögen, wie wir sie skizziert haben. Oder die ein kleines bisschen neu einteilen. Zum unteren Bereich, wie gesagt, als Anfänger macht man das vielleicht einfach heller. Das ist auch schon ziemlich gut so. Fortgeschrittener würde ich aber zu einer anderen Farbe greifen. Das ist Körlinblau. Und dieses Blau ist etwas wärmer. Das mische ich also in die Grundmischung hinein. Und achte dabei darauf, dass ich das auch etwas heller gestalte, also etwas mehr Titanweiss hinein. Beim Auftragen wieder dasselbe. Nicht jeder Pinselstrich muss jetzt irgendwie super schön gezogen sein, damit es einen Himmel ergibt. Nein, wir bedecken einfach nur die Fläche und achten dabei, ob wir Dinge neu einteilen möchten, wie zum Beispiel der untere Teil, also die Bäume. Gegen oben hin kann ich die Farben schön ineinander hinein mischen, da ich mit wasservermischbaren Ölfarben arbeite. Arbeitest du mit Acryl, ist das überhaupt gar kein Problem. Du arbeitest etwas schneller und kannst so die Farben ineinander mischen. Das war's soweit für den Himmel. Nun kümmern wir uns um die Wolken. Als Anfänger würde man vielleicht diese in ganz stumpfem Weiss auftragen. Wir nehmen für die Grundbasis kein einfaches Weiss, niemals, sondern wir mischen ein neutrales Grau. Das mache ich jeweils mit Ultramarine Blau und Sienna gebrannt, denn wie schon erwähnt, heben sich diese Farben gegenseitig auf und wir erhalten ein Grau, wie ihr es hier seht. Also natürlich ein sehr helles Grau, denn es ist ja immer noch eine Wolke. Vielleicht machen wir das Ganze ein klein wenig dunkler. Ihr seht hier im fortgeschrittenen Bereich geht es auch beim Mischen der Farben um Nuancen, um ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Ob ein Bild erfolgreich ist, hat viel mit den Helligkeiten der einzelnen Mischungen zu tun. Also ein kleines bisschen dunkler. Und damit bedecken wir wieder einfach nur mal die Fläche. Behaltet hier wieder im Hinterkopf, also ich als Anfänger dachte immer, jetzt muss es direkt nach einer Bombenwolke aussehen. Aber das ist es gar nicht. Wir konzentrieren uns erst wieder auf die ganz einfachen Grundlagen. Wir wollen die Fläche einfach nur mal bedecken mit dieser Farbe. Wir wollen einfach nur das Weiss übermalen. Und gegebenenfalls schauen wir, wie ist es mit der Komposition. Also wie sieht die Wolke so aus, hier im unteren Bereich. Hier male ich etwas über die Skizze hinaus, weil ich da finde, die darf gerne etwas weiter gehen im unteren Bereich. Aber ansonsten bedecke ich den Teil, der eingeplant ist. Wieder um die wasservermischbaren Ölfarben zu erklären. Ihr seht hier ganz leichte Unterschiede in der Farbe schon. Das passiert einfach, wenn man die Farbe Sienna bei der Skizze etwas mit aufnimmt oder etwas in den Himmel hinein malt und da das Blau etwas mit aufnimmt. Das ist ganz schön, da man schon kleine Unterschiede erkennen kann und nicht einfach nur die gleiche Farbe sieht. Das ist ein weiterer Vorteil von wasservermischbaren Ölfarben. Es gibt ein stimmiges gesamtes Bild. Man könnte auch sagen, es ist farbharmonisch, weil ja alle Farben irgendwo wieder aufgenommen werden. Also ihr erkennt es ja schon beim Farben mischen, wir haben für den Himmel Ultramarin und Sienna gebrannt gebraucht und wir brauchen auch für die Wolken Ultramarin und Sienna gebrannt, weil das wirkt dann halt einfach in sich stimmig miteinander. Um das Ganze jetzt noch etwas mehr zu variieren, brauchen wir nicht nur ein Schattenteil, der kommt danach. Jetzt wollen wir noch ein etwas überzeugenderer, hellerer Teil, eine schöne Wolkenfarbe, wie sie entsteht, wenn die Wolke von der Sonne angestrahlt wird. Dafür einfach etwas heller werden und ein klein wenig Gelb in die Mischung hinein. Und damit bedecken wir jetzt nur gewisse Teile der Wolke. Wir malen nicht überall drüber. Ich versuche nur gewisse Teile zu bedecken, wie sie mir halt sympathisch vorkommen. Also ich denke mir jetzt schon, wie die Lichtverhältnisse nachher sein werden. Und um diese Lichtverhältnisse besser demonstrieren zu können, ihr seht gleich, was ich meine. Die Sonne wird bei mir von links oben kommen und daher wird die Wolke rechts unten dünkler sein. Und die dünklere Mischung, die besteht, wer hätte es gedacht, wieder aus Ultramarin und Sienna gebrannt. Einfach mehr Ultramarin und Sienna gebrannt jetzt verwenden und weniger Weiss in die Mischung hinein, als bei der Grundmischung, wie wir sie bei der Wolke angefangen haben. Das Ganze lehne ich jetzt etwas mehr auf die blaue Seite, indem ich einfach mehr Ultramarin-Blau als Sienna gebrannt verwende. Ihr seht, das ist jetzt der grosse Vorteil, wenn man ein neutrales Grau aus diesen Farben mischt. Man könnte sich ja denken, ich nehme einfach Schwarz und Weiss, dann kriege ich auch ein Grau. Dann kannst du aber nicht auf eine Seite lehnen, wie jetzt hier mit Sienna gebrannt und Ultramarin-Blau. Was du aber machen kannst, ist in dein Grau einfach etwas Blau hinein zu mischen. Dann kriegst du natürlich einen sehr ähnlichen Farbwert, wie ich hier, wenn du jetzt beispielsweise kein Sienna gebrannt hast. Das ist also die Farbe, die wir für den Schatten mischen. Und wie schon erwähnt, diesen Schatten tragen wir jetzt so auf der Lichtsituation entsprechend. Die Sonne kommt bei mir von links oben, also wird die Wolke am unteren Teil wohl dunkler sein und auch eher auf der rechten Seite. Was ihr auch erkennen könnt, alle Mischungen, die wir bis jetzt gemischt haben für die Wolke, die unterscheiden sich gar nicht so stark. Also die dunkle Mischung, die muss jetzt gar nicht so extrem dunkel sein. Das ist häufig der Anfängerfehler, dass man die hellen Stellen einfach weiß verwendet und für die dunklen Stellen das Gefühl hat, ich muss jetzt richtig dunkel werden. Ihr seht zum Beispiel jetzt, der Himmel ist insgesamt immer noch dünkler als die meisten Stellen, die ihr in der Wolke seht. Und genau so wollen wir das auch haben. Und ihr seht jetzt also, die dunklen Stellen sind überlegt und geschickt platziert. Wir sind jetzt einen Schritt weiter, als einfach nur eine Fläche auszufüllen. Und hier bin ich mit der Mischung etwas dunkler geworden, um einzelne Stellen noch eine Nuance dunkler zu bekommen. Das aber immer noch in einem Spektrum, das sich nicht allzu weit voneinander entfernt. Ihr könnt, glaube ich, jetzt relativ gut sehen, wie die Wolke Form entwickelt hat. Und das liegt grösstenteils halt eben einfach aus dem Spiel aus helleren und dunkleren Teilen. Was wir jetzt noch machen, sind absolute Highlights. Dafür vielleicht noch etwas mehr Weiss in die Gelbmischung, die wir angefertigt haben. Und diese platzieren wir jetzt vorsichtig an sehr sinnvollen Stellen. Also wir können jetzt die Wolke in quasi einzelne Hügel einteilen. Ihr seht es auf der rechten Seite sehr gut. Ich platziere die hellsten, schönsten Stellen, also die Highlights, an den Orten, damit diese runden, einzelnen Hügel entstehen, um der Wolke endgültig die Endform zu geben. Ja, und so würde ich das Ganze auch lassen. Das waren jetzt wirklich mal fortgeschrittene Wolken. Wenn ihr das Gefühl habt, das überfordert euch, geht in den Videos einfach weiter zurück. Da habe ich Wolkenhimmel, wo das Ganze einfach nur spontan hineingemalt ist und die Wolkenmischung, die Farben auch nicht so spezifisch. Ja, ich hoffe, egal in welchem Stadium ihr seid, ob jetzt blutiger Anfänger oder Vorgeschrittener, das Video konnte euch hoffentlich weiterhelfen. Wenn dem so ist, belohnt mich gerne mit einem Daumen nach oben. Ich bedanke mich wie immer vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.